Die kriegen wir nur bekloppte Leute dazu, ne? Das ist ja was Bekloppten bei dir, was erwartest du denn? Aber auf YouTube treiben sich recht viele Bekloppte rum. Ach, du zum Beispiel. Ja. Ja. Du zum Beispiel. Haha, ich nicht. Was treiben wir überhaupt nicht auf YouTube rum? Ich hab schon bestimmt seit Monaten nichts mehr hochgeladen. Wissst du? Ha! Wollen wir nicht überhaupt da drauf rumtreiben? Ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich diesen Drecks-Turm hier vernünftig noch habe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aber der ist falsch. Der ist schlecht. Hässlich. Schlecht. Das ist so hässlich wie du. Nein, nein, nein. Das ist so wie du. Nein, 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 nein. Sieht halt irgendwie nicht so mäßig aus. Meine Güte. Nicht so mäßig genug. Ja, du, das muss doch wohl perfekt sein. Nein. Doch? Nein. Doch. Willst du Plant-Boards haben? Ich kann dir welche geben. Wofür hast du das eigentlich gemacht? Weil ich 500.000 Weizen hatte mit dem System. Ja, deswegen mach ich einfach mal Plant-Boards. Wieso nicht? Ja, und? Ja, why not? I don't care. Nimmt weniger Platz. Einen sind nur noch 51.000. Ja. Nur noch. Nur noch. Weil der so wenig ist. Ja. Ist fast nur noch eine Festplatte, nicht fünf Festplatten vollgebums. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, den. Wolle bumsen? Wolle bumsen? Wolle? Moment, wo habe ich denn diese Energy-Quistals? Wo sind die denn bei mir hier? Weiß ich nicht. Und verzaubert. Weg. Zufall. Ja. Alle weg. Dau bloß nicht an Zufälle. Ja. Wir könnten. Voll im Zufälle, ne, Chosen? Und alles ist weg. Kaputt. Der klaut alles. Ich vertraue ihm nicht. Ja, was hat er bei mir gemacht? Hab ich gar nicht gemacht. Ja, bei dir ist das ja egal. Was hat er mit dem Auge? Ah, das ist nicht. Da kann er clowns wieder. Weil ich scheint mich ja richtig zu mögen. Ja. Wieso lebt das denn da? Oh, war mal bei mir so. Wir mögen uns richtig. Ja, ihr mögt euch richtig hart. Ja. Ich doll. Ja. Beste Freunde für ihr war. Beste Franz Vollmer. Ja. Er muss ganz doll lieb. Seh ich schon. Dich lieben wir auch. Deshalb haben wir dich auch in unsere Mitte genommen. Oh, ja. Schleck. Komm schon. Oh, nimm ihn in den Mühl. Komm schon. Komm schon. Oh, ich sag dir. Ja, leider. Nichts Nutz von Trottel, Alter. Der GAP nichts Nutz von Trottel, Alter. Oh mein Gott. Ah, Mensch. Musst nur Leute beleidigen, oder? Ja, der ist behindert. Ist doch einfach so. Ja, der ist behindert. Wenn kein Schosen, der ja mal zehnmal so zu Zepphorn geleidert hat. Nicht. Ja, nur der ist einfach behindert. Der ist einfach voll auf Opferkind. Opfer. 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 Jetzt voll das Opferkind. Opferkind. Nimm dir erst mal noch eine Käse-Stängel. Oh ja, okay. Komm, mach das. Käse-Stängel. Nimm mich schön in den Mühl rein. Komm, nutz schön. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, oh, oh. Komm, tiefer hin. Tiefer. Oh, ja, tiefer. Oh, oh, tiefer. Oh, ja. Oh, oh. Oh, oh. Hauptsache ganz rein. Biss in die Rachen. Alles gut bei euch? Jep. Alles wunderbar. Wir hätten fast schon Bonn aufgestellt hier. Aber wir sind uns gerade göstlich. Göstlich mit der Käse-Stange in dem Mühl. Oh, gastlich. Oh, oh. Wie der Japaner, der Chinamann. Oh. Oh. Sie sterben. Oi. Was denn? Nix. Schon gut. Der findet uns peinlich. Ja, verstehe nicht. Ja, verstehe nicht. Ich habe, ich habe gerade gleich übrigens in 2000 Dörfer gebaut, die wir den gegönnt haben. Ah ja. Aber macht er nichts. Du meinst, der wir noch. Boosito. 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 Ja. 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 Na ja. Wie komme ich jetzt so da? Ah la, schläg ich mal. Ich habe dich überhaupt noch irgendwas anderes außer Minecraft und Thief. Loadout. Sparks. War es ja okay. Was, wieso Sparks? Was ist Sparks? Sparks Challenge war doch mal. Ja, ist auch Minecraft. Ja. Ich habe gefragt, was ihr noch spielt außer Minecraft? Loadout und Portal hatten wir jetzt noch. Was? Portal? Hm. Ich meine, Spiel spielt ja noch irgendwas privat. Ne, privat so? Ohne aufzunehmen? Ja. Äh, nicht wirklich. Arma 3. Ja, okay. Brauchen wir uns das nicht auf? Nein, weil ich da keine Lust zu habe. Nee, du hast... Wie? Keine Lust. Jetzt siehst du, aber wir sind jetzt voll hübsch geworden. Ich habe das jetzt hier alles auf eine Höhe gemacht. Alles hübsch. Was du da? Raust du wohl auf? Ich asse dich, hörst du auf. Boah, mach PvP wieder an und zwar sofort, Alter. Ich hau dich. Hörst du auf jetzt? Hahaha. Ich nehme gleich eine Jube Zynti bei dir, du Affenkopf. Nein, du hast keine Chance, wenn ich ein Duel dabei habe. Geh doch gleich im Server, Alter. Dann bist du tot. Oh, warte mal. Ich streichel dich. Geh doch es dicht gleich mal, du Affenkopf. Komm her, küsse Küssli. Dein Maul, du Pisser. Fick dich. Komm schon. Geh weg. Fick dich. Tschüss. Geh weg. Küsst mich nicht. Oh, dann bin ich noch der Affenkopf. Tschüss. Schlecht. Schlecht. Ach, wo bin ich? Du bist wieder da drinnen. Aber du kannst es nicht mehr zu mir. Mist, wieso schweilt der oben drauf? Ja, weil du schlecht bist. Nee, ich hab gesagt, jetzt ist Alexa. Das ist eigentlich... Ach, fick dich. Tschüss. Tja, du Affenkopf. Boah, du bist hässlich. Boah, ey. Versteck mich jetzt. Boah, die ganzen Drecks Items. Ah, gehst du weg, du Pisser. Ich glaube, das kommt davon, wenn du ihn ergerst. Erger ihn gar nicht. Gibst du mir jetzt mein Buch wieder, du Affenkopf? Das ist schon blöd, ne? Ey, nicht abbauen. Bist du blöd. Nicht. Aha. Beide Bücher. Wie kommen wir jetzt hier weg? Du weißt, du baust auch noch mein Ding ab, ne? Was habt ihr gemacht? Gar nichts. Hast du was hier im Inventar? Hm? Ich hab gar nichts immer im Inventar. Oh. Muss ich ernst auf Cheatmode gehen? Was warst du denn da für Scheiße? Ich hab das hier noch. Du sitzt doch falsch da. Ich hab mein Buch jetzt wieder. Voll Idioten am Schlaf. Ich hab das oben oder unten ist. Nein, das möchte ich aber gerne drüber haben. Wieder. Alter, boss ab. Ach, wirst du behindert. Gib mir mein Buch jetzt wieder. Welches? Ich hab keins mehr. Stich, was meins? Nein. Was ist mein Buch? Ja, langweilig. Mach wieder. Pass auf, jetzt ist wieder mein Portal weg. Bist du blöd, ne? Ja, ich weiß. Setz wenigstens das Ding da wieder hin. Nö. Okay, dann nehm ich dein Buch raus. Und doch. Okay, dann hol ich mir mein Ding wieder. Ach ja. Ihr habt doch nen Schaden hier bei dir. Weiß ganz genau, ich komm in Cheatmode rein. Ja, das ist das Problem. Das ist doch besser so, dass du da nicht reinkommst. Ach, wie denn moll? Nein. Okay, jetzt. Und jetzt? Wie, man kann Licking-Bücher nur einmal benutzen. Jetzt weißt du aber nicht, welches Buch welches ist, ne? Warte mal. Kann man Licking-Bücher, wenn man die in der Hand hat, wirklich nur einmal benutzen? Ja. Ich hab meins gerade benutzt. Ach, bist du blöd. Ist doch weg. Ohne Witz, jetzt hast du den. So good. So good. Sei froh, dass du mit dem Portal, was da noch ist, zu deiner Insel kommst. Ja, aber ich komm nicht mehr weg. Keine Insel mit den Bergen. Nimm mal das Buch da raus. Blöd. Wo ist denn das jetzt? Ja, warte, hier. Was ist das hier? Führt das hier hin? Das kommt da bei dir rein. Das kommt zu mir, okay. Mach mir jetzt wieder eins zurück. Mach schnell zu, Centus, mach schnell zu. Kommt doch zurück. So hast du schon, okay. Habt du reingetan, voll überraschend. Meine Güte, hat so ne Verleihung. Wir sind nicht, wir trollen auch nicht, hallo. Ne. Das würden wir nie machen. Ultra freundlich zueinander. Wirst du bitte mal ne Kiste, wo du auf den Kopf kommst? Leeeeg. Leeg gar nix. Nicht. Hat grad gelackt. Gib mal Slash F ein. Und dann? Im Chat. Mach mal. Ne. Mach das ein. Also ohne den Punkt. Ja, Slash F ist mir schon klar. Und dann? Na, mach mal. Ne, ich vertraue dir ja nicht. Das ist das Problem. Weißt du, warum? Ich sei trottet. Ich sterbe dann, oder? Ne, passiert überhaupt nix. Ich vertraue dir einfach nicht. Traust du dir nicht? Mir habt doch beide echten Knall. Nein, ich vertraue dir einfach nicht. Ich sag dir der mit dem großen Knall. Ja. Du hast ja auch n riesen Schatten. Ja, das stimmt. Hallo? Ich werfe einen riesen Schatten über mich. Oh mein Gott, ey. Ne, schau. So, das ist gleich zehn. Grüße, wie es war. Doch. Elf ist es. Ne, finde ich nicht. Ach ja. Ich tue mir jetzt erstmal nur eine Razor Sharp sagen. Razor Sharp. Ich habe einen richtig harten Razor Sharp. Ja, sie haben auch einen richtig. Monster Cut. Kennst du Monster Cut Razor Sharp? Monster Cut. Monster Cut Razor Sharp. Das ist voll geil. Hört euch lieben, dieses Lied. Kann man so auf Lautstärke acht Millionen hören. Bumm. 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 Nein, nein. Ich habe keine Lizenz dafür. Finde ich für Monster Cut? Ne. Monster Cut ist doch frei, oder nicht? Schleif. Du brauchst die Lizenz dafür. Ich habe dir schon lange geschrieben, aber ich kriege keine Antwort. Ich habe keine Lizenz, aber ich bin mir sicher. Ich habe die ja schon in Videos drin gehabt, mit Monetarisierung ohne Probleme. Ich habe doch noch nichts bekommen. Ja, geil. Ich laber nicht. Doch. Fickt euch. Hä? Weißt du, guck mal, wie beleidigend der auf einmal hier, ne? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Kannst du dich nicht mal beherrschen? Nein. Was denn? Wir haben einen Gast hier. Mensch. Jo. Einen bekloppten Gast. Du hast es nicht mal gehört. Centos? Nein. Was ist, wenn der Strahl vom Schild nicht mehr pink ist, sondern rot? Keine Ahnung. Probier's aus. Gleich Hello Kitty Comet. In Anflug. Bei mir sind die blauen. Bei mir sind die rot. Vorher waren die pink. Na, wenn wir sehen, wenn da steht Hello Kitty Comet coming, ne? Im Arsch, ey, Hello Kitty Comet coming. Ich habe da keinen Bock drauf. Ne, wieso, ne? Ne. Ja, die sind echt bei dir, die andere Farbe. Welche Stufe hast du denn? Voll. 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 Razor sharp. Hab ich voll ausgeprägt. Meine Ahnung. Razor sharp. So gut, dass ich euch nicht mehr höre. Ist doch besser so. Razor sharp zu laut ist. Razor sharp. Ich kann den Jungen einfach mal jemanden für fünf Minuten abstellen. Halt deinen Maul. Du bist gleich beleidigend. Da fehlst du, du Affenkopf. Ja, siehste. Unmöglich mit dir. Affenkopf Mensch. Oh mein Gott, mein Schwert ist weg. Oh mein Gott. Du hast gerade in den Hose reingeguckt. Oh mein Gott, mein Schwert ist weg. Ne, du kannst mal woanders hingehen. Ja, ich spiele nicht. Ich hab leidet doch ein crappy. Kkawe腿 eigentlich hatte. Für bekam das hier frühe Schild und alles mal auspacken. Da gekt mir lieber eine Mauritarez drauf bass. Joa, Tier neben mir um meinen chadugi Kissenschaften abläubieren. Yifuga aus mir! Ja, da geht nochmal äußerst Minus aus. Du hast jedes Mal! Danke sehr! DillDet ist theirs nicht wenn wir hier nicht pace f bodyateln. das geht bei mir körper geht voll weit ab okay übertreibt wieder wer wieso nicht hör ich doch noch ihr lappen bisschen lappen du bist ein lappen du bist ein lappen das feuchte lappen feuchte lappen das jahrhundert ich habe schon fast Angst Angst du hast einen Knall du hast einen Knall du hast einen Knall der hat so einen Schaden was hat er gemacht du hast jetzt selber der springt hier rum und wackelt mit der Maus die ganze Zeit den Irrer oh ich sollte aufpassen dass ich nicht so weit darüber laufen ach kannst ruhig absaufen zack screenshot was noch bleib wir müssen wagen dass wir uns nicht lasse die 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 2 2 jetzt fangen wir an und anderen zu spacken ganz schwer gehen kann man schon neu geladen das war die ganze Zeit nicht ich brauche ein neues Lied geht schon wieder ab mhm, oh, geil Käse ständig sind einfach das geilste komm ich probiere jetzt den LP während wir den LP machen ja ich mache halt so einen schönen Part von Skate an oder sowas am besten zitiere ich den die ganze Zeit an mhm ich mache das einfach so, dass ich mein Lautsprecher über mein Mikro laufen lasse dass ich die ganze Zeit den LP Part höre warte, ein LP Part, ein LP Part das ist ein LP Ception ja LP Ception let's do it, LP Ception let's do it man kriegt die mehr Aufrufer als einmal, oder?